Hi, willkommen zu einem neuen Weekly Bits & Pieces. Danke für euer super tolles Feedback zu meinem Video, was ja heute online gegangen ist. Es freut mich total, dass euch meinen Alltag oder was ich so mache interessiert hat. Wie ihr das vielleicht schon hört oder was ihr auch vielleicht seht, das ist glaube ich eine Seite an mir, die ihr bis jetzt noch nicht kanntet. Und zwar sind wir gerade auf dem Golfplatz, denn meine Freundin und ich spielen Golf und er hat zum Geburtstag, somit habe ich glaube ich auch den letzten Vlog angefangen mit einem Geburtstagsgeschenk. Und jetzt fange ich wieder mit einem Geburtstagsgeschenk an, denn er hat zum Geburtstag einen neuen Golfschläger bekommen. Das ist für den einen oder anderen vielleicht nicht so aufregend, aber er hat sich so gefreut, dass wir jetzt sofort auf die Golfrange mussten und den austesten. Ich habe selten zwei so gute Schläger nacheinander gemacht und das heißt einiges, denn ich bin alles andere als ein Golfpro. Jetzt wollen wir mal schauen, was der neue Schläger von meinem Freund so kann, denn das ist ja eine Spezialanfertigung. Also der muss ja schon sehr gut sein. Hi, es ist jetzt schon einiges später und heute ist auch schon Freitag, aber meine Woche war auch nicht so spannend. Also jetzt nichts, wo ich eh hätte so filmen können. Das ist eh so die Sache. Ich habe auch Leute in meinem Leben, aber ich habe irgendwie noch nicht so herausgefunden, wie ich die in diese Vlogs mit einbeziehen kann, weil das schon irgendwie eigenartig ist zu sagen, achso übrigens, ich filme mein Leben und jetzt bist du dabei. Also hab ein bisschen Geduld mit mir. Ich hoffe, ich kriege das noch so ein bisschen hin, auch so mehr Leute mit einzubinden, aber nicht jeder möchte halt so ständig on camera sein. Was ich euch auch auf jeden Fall sagen wollte oder worauf ich mich mega freue und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und zwar bin ich beim Video Day. Der ist jetzt in zwei Wochen. Ich schreibe euch das Datum mal genau hier hin. Wenn ihr nicht wisst, was der Video Day ist, das ist im Grunde ein riesengroßes YouTuber-Treffen. Auf jeden Fall werde ich da sein. Ich weiß überhaupt nicht, was ich zu erwarten habe. Ich war noch nie da. Ich weiß, dass einige von meinen YouTuber-Freunden auch da sein werden. Wenn ihr da in Köln seid und in der Nähe wohnt oder eh geplant habt, zum Video Day zu kommen und sagt, hey, ich möchte ja Mina treffen. Aus welchen Gründen auch immer man mich treffen möchte. Das ist irgendwie für mich so eigenartig, wenn Leute sagen, oh Gott, ich möchte dich treffen oder irgendwas. Aber es wäre cool. Also ich mag es ja, mich mit euch zu unterhalten und wenn wir uns immer schreiben, freue ich mich. Und wenn wir dann reden können, wäre es noch cooler. Also ich wollte es nur sagen, ich bin beim Video Day dabei. Bin dann in Köln. Also falls ihr mich treffen möchtet, dann freue ich mich, euch zu sehen. Ich habe mir jetzt ein paar Stunden freigenommen, weil ich heute Morgen schon einiges geschafft habe. Denn ich muss kurz in die Stadt, weil wir Sonntag und ich freue mich dermaßen. Weil meine Freundin eingeladen sind, die ist jetzt nämlich umgezogen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall in einem sehr coolen Stadtteil so. Und ich bin total entspannt, da ihre Wohnung zu sehen. Und sie hat auch einen sehr guten Geschmack. Und ich habe schon ein, zwei Bilder gesehen und ich freue mich unglaublich. Bevor ich fahre, wollte ich euch noch kurz einen Teil meines Outfits zeigen. Und zwar diese Bluse. Und ich mag die Farbe. Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Und ich muss sagen, die Farbe passt auch zu meiner Haarfarbe. Weil wer mich jetzt schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich ein leichtes Problem habe mit Farbe, seitdem ich meine Haare so habe. Und ich trage eigentlich nur noch schwarz oder dunkelblau. Aber ich finde, die Farbe kann ich auch tragen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber ich bin ganz glücklich, dass ich sage, hey, ich trage eine Farbe, die ich mag mit meinen Haaren. Dazu trage ich natürlich meine Lieblingsdornbrille, die auch zur Bluse passt. Meine Haare so ein bisschen messy, beachy, trotzdem drei Stunden geglättet. Und ganz wichtig, ich brauche jetzt erstmal einen Matcha-Shake, weil ich seit gefühlt drei Jahren kein Matcha mehr zu Hause habe. Ich bin jetzt zurück. Ich habe einige Sachen gefunden, die ich kaufen wollte. Einige Sachen waren ausverkauft und ich habe mich mit irgendwas angekleckert. Deswegen habe ich ein anderes T-Shirt an. Was ich euch noch eben zeigen wollte, was vorhin ankam, sind diese Mason Jaws. Und zwar habe ich die für meine Freundin gekauft, bei der wir am Sonntag sind. Habe ich euch ja vorhin erzählt. Ich finde die halt richtig cool. Gerade wenn man so Vitamin-Water trinkt, was ich immer mache, oder einfach allgemein so ein bisschen trinkfaul ist und ich weiß, dass sie zu wenig trinkt, ist das, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Und ich habe mir schon überlegt, wie ich das so drapiere mit den anderen Sachen, die ich gekauft habe. Und hier oben finde ich das echt cool mit dem Strohhalm. Ich mag das sehr gerne. Ich verlinke euch das mal, wenn ihr mögt, unten in der Infobox. Ich habe die nämlich bei Amazon bestellt. Ich glaube, ich bestelle mir die auch nochmal. Upsi. Es ist jetzt schon etwas später. Wir haben jetzt schon gegessen. Mein Freund ist auf den Golfplatz gefahren. Ich konnte nicht mit, weil ich noch ein bisschen arbeiten musste. Aber ich wollte euch noch kurz sagen, was ich von meinem Tiger gekauft habe. Einmal so eine Tüte. Dann habe ich noch so ein Dreier-Set von diesen Mäppchen gekauft. Dann habe ich noch Papierstrohhalme gekauft. Dann habe ich noch drei neue Karten gekauft. Ihr habt keine Vorstellung, wie viele ich von diesen Karten habe. Ich brauche eigentlich für mein Leben keine mehr. Aber jedes Mal wieder nehme ich welche mit. Und dann auch noch drei so Lollis, weil ich die auch noch in das Geschenk mit verpacke. Ich glaube, heute wird nichts Spannendes mehr passieren. Deswegen sehen wir uns morgen. Guten Morgen. Wir frühstücken jetzt Green Smoothie für den Herren. Für mich mein Matcha-Shake mit meinem neuen Matcha. Wie süß ist die Verpackung einfach. Unser Frühstück ist jetzt schon eine Zeit her. Denn eigentlich wollen wir schon seit Ewigkeiten los zum See, weil das Wetter so, so schön ist. Das Problem ist nur mein iPhone. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie das ist, wenn das WLAN nicht funktioniert und man kein Internet hat. Und das habe ich seit gestern. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass mein iPhone zu voll ist. Ich muss jetzt die Bilder löschen, also mein iPhone leer bekommen, um das neue iOS zu bekommen. Aber Apple ist ja auch so ein bisschen besonders. Und man kann ja auch dann nur über iTunes gehen. Und dann muss ich aber erst die Bilder auf mein MacBook spielen. Und also ab und zu denke ich mir, ich bin echt ein großer Apple-Fan. Aber das sind so Dinge, ey, ganz ehrlich. Also mein iPhone ist irgendwie gerade tot. Mein MacBook ist überfordert. Und ich habe kein WLAN. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass mich das nicht wirklich glücklich stimmt. Und wir kommen auch nicht zum See. Wer hat es jetzt geschafft und der importiert tatsächlich Bilder von meinem MacBook auf mein... Ne, vom iPhone aufs MacBook. Jetzt seht ihr einen kleinen Sneak-Peak, was da auf meinem iPhone drauf ist. Das Wetter ist ja einfach so schön. Richtig, richtig toll. Wir hatten jetzt einfach so viele Probleme mit dem Internet und plötzlich hatten wir gar kein Internet mehr. Ja, deswegen haben wir gesagt, okay, wir ziehen den Bikini wieder aus, die Badehose und fahren jetzt einfach mit dem Fahrrad ein bisschen müßiger und machen eine Fahrradtour. Erster Zwischenstopp im Schnelldurchlauf. Mango, Schoko, Malaga, Mango, Cappuccino. Wir sind jetzt bei unserem zweiten Zwischenstopp angekommen. Wir wollten nämlich frische Blumen pflücken. Eigentlich fahren wir mal zu einem anderen Feld und holen die da, aber weil wir heute mit dem Fahrrad unterwegs sind, wollten wir das mal ausprobieren. Aber wie ihr das vielleicht sehen könnt, sehen die nicht so schön aus. Hier sind jetzt noch Sonnenblumen, aber ich denke mir, ne, ganz ehrlich, Sonnenblumen sind mir irgendwie... Ich mag keine Sonnenblumen. Außerdem wollte ich für meine Freundin einen Strauß Blumen pflücken für morgen. Meilin, Schatz, wenn du das siehst, es tut mir unglaublich leid. Wir haben jetzt umgesandelt, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, vom Fahrrad aufs Auto. Denn ich möchte meiner Freundin morgen wirklich sehr gerne selbstgepflügte Blumen schenken. Deswegen fahren wir zu dem Blumenfeld, bei dem wir sonst immer sind. Und schaut euch mal diese Auswahl an. Das ist doch mal was anderes als die vom Vorhang. Oh Gott, jetzt glaube ich muss, jetzt glaube ich heufe. Wir wollten gerade die Blumen pflücken und da ist eine Maus mir über den Weg gelaufen. Ich meine, das hört sich jetzt echt vielleicht ein bisschen übertrieben an. Ich habe so panische Angst, würde ich mir keinen Lieber an Krokodil vor die Füße laufen, als eine Maus oder eine Ratte. Oh mein Gott, ich beauftrage jetzt meinen Freund Blumen zu pflücken. Das packe ich nicht. Oh, scheiße. Ich muss jetzt noch alles einkaufen für die Cupcakes, die ich gleich noch backen werde. Heute stapeln sich irgendwie die Ereignisse. Das ist jetzt schon relativ spät. Und ich wollte gerade mit unserer neuen Kamera, wir haben jetzt für mich noch eine neue gekauft. Das erzähle ich irgendwann anders nochmal. Damit wollte ich jetzt filmen, um so ein bisschen den Unterschied zu gucken, wie die Qualität ist. Dann sagt mein Freund, oh, du hast die SD-Karte ausgetauscht. Jetzt sind deine ganzen Aufnahmen von heute weg. Ich dachte mir, ist es gerade dann ernst, weil er irgendwie dachte, dass er sich sofort formatiert, die neue... Oh, es ist mein... Mein Herz ist immer noch am Proben einfach. Okay. Ja, es ist überprüft. Die Sachen sind noch da. Wie dem auch sei, es ist jetzt 23 Uhr. Ich stehe in der Küche und mache Cupcakes. Ja, wenn ihr mit mir befreundet wärt, dann würde ich das auch alles für euch tun. Ich würde über Blumenfelder wandern und 23 Uhr Cupcakes für euch backen. Das mache ich nämlich alles für meine Freundin. Und zwar mache ich jetzt Wurzelkarotten-Ingwer-Cupcakes. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich mag nicht diese typischen Cupcakes. Und ich wollte euch noch kurz meine Blumensträuße zeigen. Ja, wir können das mal festhalten. Ich bin jetzt die nicht die geborene Floristin. Aber gut, ich habe mein Bestes gegeben und es kommt halt von Herzen. Es ist jetzt mittlerweile 3 Uhr 18 morgens. Ich habe jetzt mein Video geschnitten. Es liegt gerade hoch. Alles andere, was ich noch arbeiten musste, habe ich auch gemacht. Jetzt langsam bin ich doch tatsächlich ziemlich müde. Also würde ich sagen, gute Nacht und bis morgen. Ich muss euch jetzt noch schnell die Wohnung von meiner Freundin zeigen. Die wohnen jetzt im Souterrain und ich habe selten so eine geile Wohnung gesehen. Schaut euch mal kurz diesen Hinterhof an. Das ist so was von... Es ist so ein bisschen so Paradiesischüttel angehaucht. Hier oben einfach eine Baustellenleuchte. Ich bin in diese Wohnung gekommen. Ich meinte, ich bin verliebt. Hier eine kleine U-Boot-Tür und dann im Bad einfach so ein geiler Bogen. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht erkennen. Wirklich super die schöne Wohnung. Ich bin absolut verliebt. Es ist einfach so schön. Und auch gerade die Küche. Hier ist übrigens meine Freundin. Hi. Ganz, ganz, ganz verliebt. Es ist jetzt Dienstag, wie immer, schon längst past bedtime. Ich bin gerade dabei, den Vlog fertig zu schneiden. Ich verlinke euch hier unten schon mal meinen ersten Teil von meinen Vlogs. Falls ihr ihn nicht gesehen habt, klickt gerne drauf, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann habe ich natürlich auch noch meine Juli-Favoriten genau hier verlinkt. Ich habe so viele neue Produkte entdeckt im letzten Monat. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, klickt gerne drauf. Falls ihr wissen wollt, wieso ich so total fertig aussehe, müsst ihr den Vlog nächste Woche abwarten. Da zeige ich euch das. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Und dann sehen wir uns Freitag wieder mit einem neuen Video. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dann. Ciao. Ciao.